Sag Hallöchen. Hallöchen, Pupuschen. Schon lange haben wir gesehen. Ich würde sagen, let's go. Hallo und herzlich willkommen bei Apropos ein Blick hinter die Kulissen mit dem brandneuen YouTube-Format, das künftig über Blick TV veröffentlicht wird. Ich werde euch künftig frisch ab der Leber via schäbigen Handyaufnahmen mit hinter die Kulissen nehmen. Ich würde mich extrem freuen über Einsendungen von euch. Wenn ihr einen Moment habt, zum Beispiel euer Schäferhund machte einen Umgang zu einem Song von mir, dann nehmt das auf und schickt mir das auf info at dreamstar-entertainment. Und so können wir das vielleicht künftige Episoden auch integrieren. Abonniert meinen YouTube-Kanal und schreibt eure Kommentare unten. Das würde mich riesig freuen. Und jetzt viel Spass mit den ersten Episoden. Ich bin auf dem Weg zu Universal, wo wir ein Meeting werden haben, hinsichtlich Projekte, die im 2020 voraussichtlich kommen. So, was wir hier besprechen, bleibt natürlich unter uns. So, wir hatten ein erfolgreiches Meeting bei Universal. Jetzt bin ich mit mir zu Hause. Machen wir auch schon etwas zu essen. Auf die zwei kommen wir mit einem alten Freund geholt und dann fahren wir Richtung Bern. Und für diese Show muss ich jetzt während dem das im Bach-Hofen-Guard Bühnen-Outfit zusammenstellen. Man wollte ja nicht aussehen wie der letzte Hecke, Peter. Pst! Das ist das wichtigste Ding im Zusammenhang mit der Show. Und zwar mein In-Ear. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Kopfhörer. Das sind die zwei Dinge, die kommen bei mir in die Ohren, damit ich auf der Bühne den Rest der Band höre, etc. Das ist das A und das O. Dann ein ganz wichtiger Powerbank. Immer dabei mein Begleiter in so Sachen. Ich habe ein Bauchtestchen hier drin. Das ist halt mein kleiner Krimskrams. Mein Handy zum Beispiel. Meine AirPods. Ich habe mein Outfit zusammen. Ich habe mich entschieden, heute Abend eher ein wenig rockig zu gehen. Das Läderchilet inklusive Schwarzwald. Das ist der liebe Bitch hier. Sag Hallöchen. Hallöchen von Pföschen. Schon lange noch gesehen. Ich würde sagen, let's go. Puh! Das Brötenspräch ist verletzt. Puh! Ich bin hier mitten im Herzen von Zürich und genau zu im Kreis 5. Und zwar treffe ich mich da mit einem alten Freund von mir in einem alten Studio. Das Studio, da haben mich viele Sachen aufgenommen damals. Kommt mit. Doppel-Gig! Ties! Puuu! Puh! 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 und das ist immer noch ein geiler Süd. Heute hat mich wieder mal Fanpost erreicht. Da habe ich mir natürlich aufmerksam durchgelesen. Seit ich Musik mache, sammle ich meine Fanpost. Ihr seht, hier drin hat es geprieft, bis zum Abwinken. Briefchen, Geschenke, Collagen, Fotos etc. Ich werde das vielleicht mal in einem separaten Video ein paar Sachen vorlesen. Ihr seht, ich sammle das alles. Ich treffe mich dann gleich mit einem alten Freund von mir, mit dem ich früher viel trainiert habe und das machen wir auch heute Morgen. So, da sind wir. Im Käppli. Der Pauli und ich. Wie geht's dir? Gut, danke. Was machen wir heute? Heute machen wir alles. Heute trainieren wir von den Füssen bis zum... Alles. Alles. Ich bin da mit meinem Team unterwegs, wo filmt, wo macht, wo tut. Wir veranstalten die Akustik-Tour ja selber. Was die SAP-Tour betrifft. Angefangen von den Videos von Marista drehen, die nachher zur Facebook-Promotion benutzt werden. Bis über die Show-Erstellung. Wir mieten die Hallen. Wir versuchen natürlich das Beste für euch, da auszuzahlen. Also, wir erfinden uns da jetzt Kochmann Solothurn. Wir werden da alle Location, die werden wir auch im Vorfeld besuchen. Um ein paar Ansagen Videos für eure Liebe zu machen. Wir haben den Gottseidag im Raum Solothurn und Bern verbracht. Wo wir Promotion-Videos für meine Akustik-Tour im Dezember abgetragen haben. Jetzt gehen wir auch schon etwas essen. Und nach dem Essen suchen wir den Mark's Way im Zürich. Aufrufen und er hat noch einmal auf seinem aktuellen Namen in der Show. Wann ist Showtime? Zwei Minuten? Vier Minuten. Vier Minuten. Vier Minuten! Vier Minuten! Vier Minuten!